Willkommen zu einem Let's Play vom S&M TV. In diesem Video zeige ich euch mal wieder einen wunderbaren Grinch. Da könnt ihr also diese Location hier in einem Hotelzimmer rein. Und das alles befindet sich hier. Was ihr braucht, ist einfach so ein Auto. Ja. Am besten holst du? Ja, ein holst. Okay, fang. Digga, warum ist jetzt los? Teil hier. Okay. Und dann müssen wir hier so ein Deckung. Und dann muss euer Freund R2 gedrückt halten. Aber doch nicht so. Ja, man braucht schon seine Versuche. Man muss einfach so ein perfektes Auto dafür finden. Ich kann nicht zum Widerstirmen. Ogal. Bäh. 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 Nächstes Video macht mal so ein Game-Fame, nicht so ein Glitch am besten. So Sniper-Santis, das ist noch. Das ist geil. So. Bäh. Bäh, bäh, bäh. 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 wo stefend das autobus okay web zu bleibt so werten und vielleicht so Hip-Hop hey noch mal wenn wir w тhat drin denn putel ist eindeutig 15 nach vorne eindeutig also diese Glitches hintermauern das schon geil weil die König der nicht kühlt zum Beispiel abkommt Geld ich nehme es zurück Leiter aber ihr Freund überfährt euch hier und dann passiert das aber das Geile ist wenn ihr drin seid kann euch keine Arsch haben er ist voll dunkel geworden Herr Jonas Sie wissen was zu tun ist tun Sie es bitte ohne Probleme Digga warum fliegt dein Auto mal so ja ich bin drin die Leute ihr seht ich bin drin hier sieht man hier sieht man dass man hier geschützt ey Jonas schieß mal auf mich versuch mal nur mal geschützt ne ihr seht man ist hier geschützt geht nicht jo kann man hier eigentlich durch die Wände Leute kann man unter die Map von also ich kann man auch hier rein da ist man verschwunden Jonas lass mal spielen guck du mal weg und du musst raten wo ich bin ich bin irgendwie okay da kann man einiges Wasser dann läuft hier auf Wasser mann guck mal okay guck weg ich versteck mich irgendwo okay du darfst noch nicht kommen okay wo bin ich Jonas ganz gut weißt du wie ich bin ne 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 das ist nicht lustig man müsste meine waffe halb raushängen sie guck mal Wilhelm ich bin hier mann hier ist doch meine waffe machen die so ganz klein drauf aus die Tür guck da hier jetzt muss man dass sie meine bazooka sieht man die nein ich guck da ganz gut drauf wenn man sogar hier im rohr aber ich habe mich von mir wasser ist ja wusste ihr könnt aber eure freunde pranken wie bist du? wo bist du? ok ok nein ich bin unter und hat er mitgefallen ja leute das war